Bei Multitalent haben wir ganz klar auf Hydrostat gesetzt, weil die Bedienbarkeit gegenüber Schallgetriebe wesentlich einfacher ist, mehr Komfort und wesentlich effektiver in der Arbeitsleistung. Der Hydrostatische Anrieb hat den Vorteil in Verbindung mit unserer neu entwickelten Kupplung, dass wenn man den Holm dreht, die Fräse ist eingeschaltet und man würde auf rückwärts drehen, bleibt die Maschine sofort stehen, ohne dass irgendwelche mechanischen Stellteile bewegt werden müssen. Das Besondere an der Konstruktion des Multitalents ist der modulare Aufbau, der das Gerät zu einer kompakten Einheit formt. Es gibt wenige Module, die einfach zu montieren und ebenso einfach auszutauschen sind. Dadurch gewährleisten wir eine effektive und qualitativ hochwertige Fertigung und können dem Kunden einen attraktiven Preis zusichern. Durch die anspruchsvolle Gussform ist es uns gelungen, eine leichte, kompakte und einfach zur Montierung der Gehäuseform zu entwickeln. Da das Gehäuse zugleich als Hydrauliktank dient, konnte die Maschine kompakter konstruiert werden. Bei der kompakten Bauweise wurde der Schwerpunkt sehr tief gewählt und dadurch eine sehr gute Bodenhaftung erzielt. Bereits in der Konstruktionsphase stand der Montage- und Serviceaspekt im Mittelpunkt. Durch die neuartige Bauweise sind am Multitalent so gut wie keine Wartungsarbeiten mehr durchzuführen und die erforderlichen Servicetätigkeiten sind schnell und einfach zu erledigen. Wir haben zum Beispiel, wenn man sich den Ölwechsel ansieht, haben wir hier außen am Gerät am Chassis einen Patronenfilter verbaut, der ohne Spezialwerkzeug de- und remontiert werden kann. Und zudem haben wir auch ein Ölschauglas, wo der Kunde leicht den Ölstand kontrollieren und gegebenenfalls Hydrauliköl nachschütten kann. Durch das neu entwickelte Chassis bei Multitalent und der integrierten Tank- und Filterlösung ist der Service auf ein minimales geschrumpft und auch von den Unterhaltskosten her günstiger denn eh. Bei unserem Multitalent haben wir genau wieder die gleiche Entwicklungsarbeit geleistet wie bei unseren anderen Hybrustaten über richtige Stirngetriebe mit richtigen Zapfwellenantrieb. Wir verzichten da bewusst auf Zahnriemen, Keiriemen oder Ketten, um einfach höchste Performance auf der Maschine zu haben. Damit ist auch kein Riemenwechsel oder Zahnriemenwechsel erforderlich. Die beiden Radmotoren sind im Gehäuse integriert und befinden sich im Öl. Durch diese geschlossene Baufarm ist die Maschine unempfindlicher gegen äußere Einflüsse und durch die Kühlrippen an Gehäuse und Hydraulikpumpe konnte eine sehr gute Kühlleistung erzielt werden. Wie wir das Multitalent entwickelt haben, haben wir gesagt, wir wollen mal explizit keine aktive Lenkung, sondern wir wollen eine hydraulische Sperre entwickeln, damit das einfach auch nicht geschultes Personal, sprich Laien, effektiv, intuitiv mit der Maschine arbeiten können. Die Differenzialsperre beim Multitalent ist hydraulisch ausgeführt und dadurch sehr robust und verschleißfrei. Die Zuschaltung erfolgt ergonomisch per Tassendruck am Holm. Das Besondere an der Holmkonstruktion des Schwenkholms ist, dass alle Funktionen beim Drehen gleich bleiben. Die Vibrationsdämpfer sind direkt über der Radachse positioniert, was ein sehr ermüdungsfreies Arbeiten durch wenig Handarmfibrationen bedeutet. Der Multitalent wird in den Varianten MT10 mit einem 9 PS und in der Variante MT14 mit einem 14 PS starken Benzinmotor erhältlich sein. Darüber hinaus wird es auch noch einen vollelektrischen MTE mit einem 150 Amperstunden Lithium-Ionen-Akku geben, den man schon vom Compact Comfort eDrive kennen. Darüber hinaus sind alle Verbrennermodelle optional mit eStart erhältlich. Ein weiteres Herausstellungsmerkmal des Multitalent ist, dass der vollelektrische Antrieb bereits in der Entwicklung voll integriert wurde. Das heißt, wenn sich der Kunde jetzt für einen fossilen Antrieb entscheidet und im späteren auf einen elektrischen Antrieb umstellen möchte, dann kann er das ohne weiteres tun, weil die Maschine das schon an Bord dabei hat. Das Baukostensystem des Multitalents bietet bereits die Basis für weitere neue Produkte mit noch höherer Leistung. Das heißt, in der Entwicklungsphase sind in der Konstruktion bereits Leistungsreserven berücksichtigt worden, sodass wir das zukünftig auch noch in Modellen sehen mit noch höherer Leistung, zum Beispiel mit 18 oder 23 PS. Wir sehen bei Multitalenten nicht nur den Profi-Anwender, sondern auch den Privatanwender, der auch die Vorteile eines einfach bedienbaren Gerätes sucht.